Ja, natürlich traue ich Ronny auch aus härter Sicht die Bundesliga zu, sonst hätten wir vielleicht auch gar nicht die Gespräche und die Intensität in die Gespräche umsetzen sollen. Also wir haben das vollste Vertrauen in, dass Ronny nicht nur für uns jetzt in die zweite Bundesliga, sondern auch für uns in die erste Bundesliga hoffentlich natürlich auch die Leistung abrufen kann, die er in den letzten Monaten gezeigt hat. Das kann ich auch ganz ehrlich sagen, wir haben keine konkreten Gespräche geführt, mit keinem einzigen Spieler, der auf die zehn eventuell für Ronny in Frage kommen würde. Wir haben gesagt, wir wollen erst eine definitive Entscheidung und erst danach würden wir dann eventuell konkret in die Gespräche reingehen können. Die Standardsituation, sein linker Fuß, ob du nun in der ersten Liga bist, ob du auf internationalem Topniveau bist, ob du im Amateurbereich bist, das lernst du nicht. Das hast du genetisch mitbekommen von der Liebe her, liebe Gott, um das mal auszudrücken. Und ich glaube, wenn er hinter dem Ball steht, unabhängig wie die Mauer steht, welche Entfernung da ist, er hat eine extra Qualität. Fußballer ist, was seine Technik und seine Kreativität betrifft, bin ich mir eigentlich relativ sicher, dass er für uns auch in der ersten Bundesliga einiges abrufen kann und hoffentlich so, wie er das auch in dieser Saison gemacht hat.